So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO und es ist vorbei, der Iskala-Forschungstag ist vorüber. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, ähm, ja, ich fand es damals besser, als man diese vorgefertigten Kapitel hatte und man genau einfach wusste, okay, die Kapitel arbeite ich jetzt ab. Ja, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, weil jeder, sagen wir mal, 60 Encounter hatte und nach 60 Encountern konnte man gucken, wie viele Shinies waren da dabei. Es ist jetzt nicht mehr so, es ist jetzt also wieder so, rausgehen, Stops drehen. Wer viele Stops hat, kann halt viel machen in den drei Stunden, wer wenig Stops hat, konnte vielleicht nicht so viel machen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in den drei Stunden, wenn ihr Stops gedreht habt, manche Stops vielleicht schon erledigt waren, weil ihr an dem Tag schon eine Aufgabe hattet. Das wäre cool gewesen, wenn das Resetted geworden wäre, sodass man wirklich ab dem Eventbeginn einfach überall was machen kann, auch wenn man vorher schon mal dann eine Aufgabe hatte. Also müsste man, wenn sowas ist, den ganzen Tag wirklich einfach nichts machen, nicht, dass man sich dann was wegnimmt und gleichzeitig habe ich gesehen, es gab nicht nur Eventforschungen an den Stops. Ich habe es öfters gesehen, ich habe drei gesammelt immer und plötzlich hatte ich nur zwei Eventforschungen und ein was anderes. Wie Fange 7 Pokémon ist zwischendurch mal gekommen, wo ich mir dachte, hä, da gibt es eine Bäre, ich will doch aber Iskala, musste ich dann immer wieder löschen, dass ich immer wieder drei hatte. Ich möchte euch jetzt mal meine Ausbeute zeigen, was ich bekommen habe, wie viel ich bekommen habe, wie gut ich bekommen habe und auch das Shiny dann entwickeln und wie man Iskala überhaupt entwickelt, für die, die es immer noch nicht wissen, denn selbst wenn ihr genügend Bonbons habt, so wie jetzt, ist der Button hier grau. Aber guck, Iskala braucht Hilfe bei der Entwicklung, kannst du herausfinden, wie du Iskala helfen kannst. Ist ein Fragezeichen auf dem Kopf, okay. Zusätzlich möchte ich dann aber auch meinen Kosmog abholen, das ist nämlich das nächste Ding. Ich habe jetzt extra gewartet, dass ich das irgendwo mit einbauen kann, ich habe Kosmog noch nicht abgeholt, aus der Season of Lie, dieser Spezialforschung, das gab es ja gleich im ersten Kapitel, ich habe es noch nicht abgeholt, ich habe es mir noch nicht angeguckt, möchte ich dann auch machen. Das, soll ich sagen, das ist das erste Iskala, was ich aus der Forschung heute bekommen habe, leider hat der Bildschirm schon wieder gehangen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf Bewerten und gehen Stück für Stück durch, dass ihr auch die IVs seht, wie gut oder schlecht was war. Shiny Kramurks gab es oben drauf, ja. Also eigentlich ist man auf Shiny Iskala Suche gegangen. Shiny Kramurks, es saßen ja überall Unlicht-Pokémon da, fand ich richtig gut. War, ich muss ehrlich sagen, war besser als gedacht, der Forschungstag. Hat irgendwie, gerade die Spawns, waren irgendwie chillig, die Aufgaben waren hauptsächlich fast abgestimmt, komplett auf die Spawns, sodass du richtig schön die Aufgaben flüssig abarbeiten konntest. Und ich fand es auch gut, dass man Zobiris XL-Bomboms farmen konnte, dafür habe ich extra auch eine Mega-Entwicklung gemacht mit Mega-Absol, um Unlicht zu boosten. Der ist ja Level 3 bei mir, dass ich eben mehr XL-Bomboms kriege, wenn ich Zobiris fange. Bald kommt ja auch vielleicht hier Zobiris als Mega-Entwicklung. Da hätte man das schon ein bisschen vorbereiten können, dass man sich vielleicht 1 auf 50 zieht und dann Mega entwickelt. Ihr seht hier, da sind etliche gefangen. Ich wusste jetzt nicht den 100er Wert. Hier ist aber auch schon das erste Shiny dabei mit 10, 14 und 11. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare, ihr werdet gleich sehen, dass im Gegenzug zu den ursprünglichen Forschungstagen wie Barsch war, das war ein komplettes Desaster. Hier ist schon das zweite Shiny, Iskala, mit 12, 13, 11. Und ich muss sagen, ich fand, dass die Shiny-Rade wirklich mega erhöht war und es da gut was zu holen gab. Ein paar Zobiris habe ich aufgehoben, die möchte ich noch tauschen dann, für XL-Baumoms vielleicht. Zwischendurch musste ich immer wieder meinen Beutel leeren, weil ich immer zu am Maximum war. Ich hätte am liebsten einen Platz gekauft, um eben mehr in Ruhe zu fangen. Aber nein, ich musste immer wieder ausmisten, habe dann versucht, alles wegzuschmeißen. Also die Alola-Radfratz, die man zwischendurch gefangen hat oder andere Sachen musste ich immer weghauen, damit ich überhaupt Platz hatte, weil ich Zobiris und die Iskala alle aufheben wollte. Deswegen wundert euch nicht, dass ihr eigentlich kaum andere Pokémon seht, außer die Zobirissen und die Iskalas. So, wer sich an den ersten Forschungstag noch erinnern kann, weiß ja, das war mit Barsch war. Ich hatte da auch drei Stunden komplett gespielt, habe kein einziges Shiny bekommen auf dem kleinen Account. Habe ich mal ein Shiny bekommen und habe mich total geärgert dann irgendwann. Aber dann hieß es ja, dass sie für die anderen Zeitzonen, die nach uns gespielt haben, das angepasst haben, dass die Shiny-Rate dann einfach angehoben wurde. Wir waren die ersten damals, die das spielen konnten. Alle anderen waren nach uns. Sie hatten es dann angepasst. Seitdem ist gefühlt immer, wenn ein Forschungstag kommt, ist ein Feeling wie bei einem CD, dass du relativ gute Shiny-Quoten hast und relativ gut eigentlich da mit einem Shiny rausgehen kannst. Auch wenn du nicht die kompletten drei Stunden spielst, dürfte es eigentlich keinen geben, der kein Shiny bekommen hat. Außer, ihr habt wirklich nur zwei Stops in eurem Dorf und konntet nur zwei Aufgaben machen. Und bei zwei Aufgaben ein Shiny zu bekommen, das ist natürlich wieder was anderes. Jetzt hängt der Bildschirm wieder. Ich weiß nicht warum. Ich warte ganz kurz, bis ich sehe, dass sich das hier wieder bewegt. Dann scrolle ich gleich weiter. Ich will nämlich ein bisschen durch die Ausbeute durchscrollen. Na, hängt immer noch. Hängt immer noch. Genau deswegen habe ich beim letzten Mal bei einer Maxout Monday-Folge das Video, statt einfach am PC aufzunehmen, das Video nachträglich genommen. Die Bildschirmaufnahme. Hab die geschnitten, hab Musik unterlegt und hab das wie ein normales Video gemacht. Mach ich sonst nie. Normal nehme ich das am Bildschirm auf. Und dann passt das. In letzter Zeit ist das aber übel sehr krampf. Ihr seht, wie lange das jetzt gedauert hat, wenn das im Video 20 Mal vorkommt. So eine Pause. Es hängt schon wieder. Ich könnte jetzt hier weiter scrollen. Bei euch hängt es leider. Also ich weiß nicht warum. Ich habe es doch eben alles neu gestartet. Internet sieht eigentlich auch gut aus. Irgendwas passt aber trotzdem nicht. Hier ist das dritte Shiny. Auch schlechte Werte. 10, 10 und 11. Das hier sieht sogar relativ gut aus. Müsste ein 93er sein. Ist aber kein Shiny. Wir machen einfach mal schneller. Nochmal ein Shiny dabei. Wieder zu Bierriss. So, sag mal hier. Noch ein Shiny dabei. Also eigentlich braucht man ja nur zwei, wenn man die Familie voll haben will. Da waren es jetzt schon deutlich mehr. Es hängt schon wieder. Weiß jemand, woran das liegen kann? Oder kennt jemand ein gutes Bildschirmübertragungsprogramm? Ich habe das damals hier gekauft, auch für 60 Euro, das nächste Shiny, damit ich das so nutzen kann, ohne irgendwas. Ich weiß nicht, ob es an dem Bildschirmübertragungsprogramm liegt, ob es am Internet liegt an sich, aber der Rest geht ja eigentlich. Sonst wird ja da irgendwann dastehen, keine Internetverbindung oder so. Also eigentlich passt ja alles. Nur ich glaube, die Bildschirmübertragung passt nicht. Das müsste der Punkt sein, an dem es liegt. Vielleicht brauche ich auch ein Update oder irgendwas. Der PC müsste auf dem neuesten Stand sein. So weit, wie es möglich ist. Aber das Bildübertragungsprogramm leider nicht so. So, scrollen weiter durch. Zubiris ist ja, glaube ich, auch in der GBL ganz gut. Hier wieder ein Shiny Iskala. Ich habe hier ein 96er. 15, 13, 15. Hier wieder ein 93er. Ich habe noch nie mit Zubiris in der GBL gezockt. Hier gab es noch ein Shiny Alola Radfratz. Das ist auch ganz cool. Hier wieder ein 96er. 100er Iskala, kann ich jetzt schon mal sagen, war heute nicht dabei. Ja, auch wieder 93. Und das ist das letzte. Auch wieder ein Shiny. Damit habe ich es dann beendet. Also wie viele Shinys habe ich jetzt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen mal kurz hier auf Schilland. Und geben mal Iskala ein. Und dann sehen wir, dass wir 9. Ein Eiskorb Jens steht auch hier dabei. Guck. Der gehört gar nicht dazu. Wir haben also 8. Was ist das höchste? 384? 388? 388 ist das höchste Shiny. Und für alle, die sich immer gewundert haben, wie man das entwickelt, ihr müsst euer Handy einfach auf den Kopf stellen. Und dann seht ihr schon, dass jetzt der Entwicklungsbutton farbig ist. Ich habe nur Angst, dass jetzt die Übertragung wieder abreißt. Der Entwicklungsbutton ist jetzt farbig. Ich drücke jetzt auf Entwickeln. Und kann es jetzt entwickeln, während es auf dem Kopf steht. Also wer sich gewundert hat, wieso man da nicht drücken kann, einfach das Handy auf den Kopf stellen. Dann könnt ihr es entwickeln. Das hat man damals schon bei Einführung. Iskala wird zu Calamaneiro. Den Namen hätte ich auch nie gewusst. 996. Das dürfte also das IV-Beste sein, was ich jetzt habe. Das ist das mit 15, 10, 15. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte noch, hier seht ihr auch, dass ich Megaabsoll noch aktiv habe. Noch 5 Stunden wäre das aktiv. Da ist nochmal Rauch angewiesen. Und jetzt möchte ich noch fix hier meinen Kosmog abholen. Hier oben dürfte noch kein Kosmog drin sein. Hier ist ein Sterndoot drin. Wir probieren das kurz hier mal über Schnellfang-Trick. Ball werfen, fliehen, raus, hier Beere abholen. Und hier müsste jetzt mein Kosmog drin sein. Habt ihr euer Kosmog schon abgeholt? Schreibt es mal rein, wie gut war euer Kosmog. Was ist eure Shiny-Ausbeute heute gewesen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen hunderte bekommen? Schreibt es mal alles rein. Das werde ich jetzt hier mit silberner Beere fangen. Silberner Sanana-Beere. Das kann zwar nicht fliehen. Normalerweise hätten wir auch einfach eine gelbe nehmen können. Weil es ja nicht fliehen kann, müssen wir ja die Fangrate nicht erhöhen. Aber die silberne gibt mehr Bonbons als die gelbe. Und deswegen nehme ich die silberne. Ich wüsste nicht, wo ich die silberne sonst drauf packen soll. Eigentlich wollte ich warten, bis sie in die Mitte kommen. Und wollte in die Mitte werfen. Aber ja, keine Ahnung. Dann bleib halt am Rand. Dann bleib am Rand. Dann versuchen wir es halt jetzt so. Und komplett verrissen. Ich dachte wenigstens jetzt, einen schönen Wurf großartig oder einfach fabelhaft für diesen besonderen Moment dieses Pokémon zu fangen. Nee, es fliegt einfach irgendwo hin. Es sieht einfach aus wie sonst was. Da 3XL, 7 Bonbons. Normal hätten wir nur 6 Stück bekommen. So haben wir 7 Bonbons bekommen. Hier ist jetzt QuoSmog auch registriert. 172. Gefangen. Spezialforschung. Hildburghausen, Thüringen, Deutschland. Dann 3. und 9 da. Und wir haben eine IV von 12, 13 und 11. Ja, damit bin ich wahrscheinlich nicht so gut dran. Das ganze Ding geht auf 454 WP hoch. Aber davon sind wir weit entfernt. Ansonsten würde ich sagen, war es das? Das nächste Kapitel ist jetzt frei, glaube ich. Oder? Geht es da weiter schon mit dem Kapitel? Wir wissen ja, dass das 3 geteilt ist. Ja, 3 Snacks, 10 Bonbons, 15 Pokémon. Dann müsste es, glaube ich, warten, bis das nächste, der nächste Teil kommt im Oktober. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt es rein. Morgen Dioxys Rates für Zuschauer ab 9 Uhr mit der Verteidigungsform. Falls ihr trotzdem eine andere Form braucht, schaltet auch ein. Redet halt mit mir. Sagt Bescheid. Mach mal morgen Wunsch Rates für Zuschauer. Aber hauptsächlich für alle Verteidigungs-Dioxys. Aber ansonsten ist, glaube ich, Zeit. Der Andrang bestimmt nicht so hoch, dass wir auch andere Rates machen können. So, morgen werde ich auch das Psychospektakel ankündigen. Was am Dienstag losgeht, habe ich noch kein Video dazu gemacht, weil ich heute erst wieder heimkam. Aber da möchte ich auch meine Meinung noch drüber sagen. Bis dahin. Peace out for Haut. Euer Ramses. Ciao. Oh.